Sound Experience im Mercedes EQS, Vivid Flux. Los geht's. 90 auf 200. Und abgeriegelt bei 210. Und jetzt bremsen wir mal wieder bei der Matte auch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das erinnert mich heftig an Folgendes. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht.